hallo heute möchte ich dir gerne dieses süße mütchen zeigen das hat eine gesamtbreite von 17 cm wenn es fertig ist also kopfumfang etwa 34 cm dehnt sich aber sehr also ich würde sagen bis zwei jahre kann man das gut tragen ist auch ganz einfach anzupassen wenn du es etwas größer haben möchtest dann schlägst du einfach ein paar maschen mehr an wie viele maschen ich jetzt gemacht habe sage ich dir gleich und dann strickst du einfach ein paar reihen mehr bis zu den abnahmen aber das wird dir schnell klar in dem video wie gesagt ab drei monate bis etwa zwei jahre würde ich sagen und anpassen ist gar kein problem das schleifchen wird später noch hinzugefügt und dann geht es auch schon los für das mütchen verwende ich babywolle die ist ein bisschen dicker und eine nadelstärke 4,0 später brauchst du natürlich noch eine nadel und eine schere und ich schlage jetzt als erstes 84 maschen an das maschen anschlag deiner wahl ich mache den kreuz anschlag also geht zwischen die beiden fäden rein wie können wir den faden hier rum und einem und den daumen und durch die schlaufe holen wir den faden durch und lasst die masche auf die nadel gleiten wie gesagt davon mache ich jetzt 84 stück so das war jetzt bei mir ganz knapp mit dem faden und jetzt mache ich weiter mit rechten maschen also einfach mit rechten maschen weiter stricken über alle maschen die vier nadel sind ein bisschen stumpfer also den maschen anschlag schön locker machen du kannst sie natürlich jede wolle verwenden die du möchtest achte aber darauf je dünner die wolle ist desto kleiner wird das ganze beziehungsweise wenn du sehr dicke wolle nimmst wird die mütze an sich dann auch etwas größer also hier lieber etwas dickere wolle verwenden damit es schön warm ist im winter und ich stricke jetzt erstmal hier alle maschen weiter in der hinrunde und auch in der rückrunde alle maschen rechts insgesamt mache ich sechs reihen jetzt sechs rein rechte maschen heißt also graus rechts so sieht ein bisschen ungelenk aus durch die kamera dazwischen deswegen mache ich jetzt hier mal schnell weiter so noch ganz kurz ich mache das immer so dass ich die letzte masche einfach nur abhebe kennst du vielleicht aus meinen anderen videos also ich habe die masche nimmt den faden vor die nadel und hebt die masche einfach nur ab wende und strecke die erste masche wieder rechts das ergibt nachher einen schönen glatten rand sonst bekommst du an der seite so knüppelchen wie gesagt mit rechten maschen weiter so das bündchen ist fertig und ich stricke jetzt immer in der hinreihe rechte maschen und in der rück rechte maschen fertig faden nach vorne wenden die erste masche wie immer rechts abstricken also auch wenn es jetzt mit linken maschen weitergeht die erste die randmasche stricke ich immer rechts und dann geht es weiter mit linken maschen also da ist der faden vorne von vorne einstechen faden durchziehen das ergibt dann ein glatt recht recht rechts gestricktes maschen bild siehst du hier das ist graus rechts und eine reihe rechts eine reihe links weg dann so ein glattes bild insgesamt stricke ich jetzt 30 rein 32 rein und schuldigung 32 rein glatt rechts also 16 mal hin in rein in rechten maschen und 16 mal zurück mit linken maschen so den teil habe ich geschafft und jetzt stricke ich meine randmasche und die nächsten beiden maschen stricke ich rechts zusammen steche aber von hier vorne ein also von vorne einstechen und die beiden maschen abstrecken dann geht es normal weiter mit rechten maschen bis drei maschen vor ende der reihe falls noch nicht geschehen abonniere doch meinen kanal aktiviere die glocke um nichts zu verpassen und schau doch mal in meine playlists rein ich habe noch ganz viele andere videos und so bekommst du die neuesten kostenlosen videos direkt angezeigt so noch drei maschen übrig und die beiden maschen vor der randmasche stricke ich jetzt auch wieder zusammen jetzt steche ich aber von hier hinten ein auch zusammen stricken randmasche wieder abheben winden die erste masche wie immer rechts und dann geht es weiter mit linken maschen in diese reihe mache ich keine abnahmen und in der hinreihe jetzt wieder wir stricken wieder mit rechten maschen wieder die ersten beiden maschen nach der randmasche zusammen stricken weiter mit rechten maschen und wieder ganz zurück bis ans ende der reihe und auch da wieder die letzten beiden maschen vor der randmasche zusammen stricken das mache ich jetzt so lange bis ich insgesamt noch 40 maschen übrig habe also in jeder hinreihe auf der vorderseite wo ich die rechten maschen stricke die ersten beiden maschen nach der randmasche und die letzten beiden vor der letzten randmasche jeweils zusammen stricken so sieht das bei mir aus ich habe noch 40 maschen übrig und jetzt kette ich alle maschen ab heißt ich stricke zwei maschen zusammen setze die neue masche zurück auf die erste nadel und stricke diese dann mit der nächsten masche wieder zusammen ab eine masche noch übrig den faden kann ich abschneiden und gleich vernähen so das ist jetzt das mützchen und bevor ich das jetzt vernähe arbeite ich gleich noch die schleife und dafür schlage ich jetzt erstmal 24 maschen an 4 5 6 7 6 7 7 8 8 8 9 10 9 10 11 11 Und stricke weiter in Graus rechts. Also alle Maschen wieder rechts stricken. So, bis ich jetzt hier 39 Reihen habe, die 40. Reihe, letzte Rückreihe, ist meine Abnahmereihe. Also insgesamt 40 Reihen hochgestrickt bei 24 Maschen angeschlagen. So, und hier habe ich das zweite Teil für die Schleife. Dafür habe ich 8 Maschen angeschlagen und 28 Reihen gestrickt. So, ich werde gleich die Fäden vernähen. Vorab wollte ich noch zeigen, bevor ich das Ganze jetzt hier zusammennähe. Wie groß das Mützchen jetzt eigentlich ist. Also nicht, hat sich hier so ein bisschen eingerollt. Aber es ist, Moment. Und in der Breite knapp 40 Zentimeter. Und in der Höhe haben wir insgesamt etwa 25 Zentimeter. So, ich werde jetzt kurz meine Fäden vernähen und dann geht's weiter. Also noch ein kleiner Tipp. Wenn der Faden so kurz ist wie hier bei mir, dann vernähe ich den einfach mit einer Häkelnadel. Denn das reicht jetzt nicht, um den Faden auf eine Nähnadel einzufädeln. Und dann behelfe ich mir einfach so. Kannst du da noch einen Knoten reinmachen. Das nur so als kleiner Tipp noch am Rande. So, den Faden habe ich eingefädelt. Ich beginne hier unten an der Ecke. Da, wo mein Anfang ist. Mache ich jetzt erstmal Knoten rein. Und gehe jetzt hier am Rand, Masche für Masche durch. Also immer diese Randmaschen hier. Und zwar einmal ganz komplett rum, bis ich wieder hier an der anderen Seite angekommen bin. Also wirklich einmal rum. Also wirklich einmal rum. So, und jetzt wird das Ganze hier zusammengezogen. So, und jetzt wird das Ganze hier zusammengezogen. Und jetzt wird das Ganze hier zusammengezogen. Und jetzt wird das Ganze hier zusammengezogen. So, und jetzt ziehe ich mir die Falten so hin, wie ich die gerne hätte. Und für Nähe dann auf der anderen Seite. Also richtig gut jetzt hier ein paar Mal hin und her nähen. Damit das richtig fest ist. Keine Sorge wegen einem Löchlein in der Mitte. Oder wegen einem großen Loch in der Mitte. Das verdecken wir gleich mit der Schleife. Also wirklich ordentlich hier ein paar Mal durchgehen. Damit sich das hier nicht öffnen kann. Und dann knote ich jetzt nochmal. Und kann den Faden dann anschließend hier gleich vernähen. Und dann. Und dann. Und dann. So, das Mützchen an sich ist jetzt fertig. Wie gesagt, jetzt kommt noch die Schleife. Und dann. Dazu falte ich mir die hier so zusammen. Klappe mir da die Enden so um. In der Mitte. Mal gucken, dass du wirklich die Mitte hier erwischt. Mal gucken, dass du wirklich die Mitte hier erwischt. Und das erstmal gut fixieren. Und das erstmal gut fixieren. Mal prüfen, ob ich auch wirklich die Mitte habe. Ein bisschen rüber. Mal sehen. Mal sehen. Das hier einfach so umklappen. Mal sehen. muss ja auch nicht perfekt aussehen denn da kommt ihr jetzt gleich noch dieses andere teil drüber drum wickeln so dass sie wie gesagt eine schleife entsteht und jetzt noch das andere teil um die mitte und auf der rückseite vernähen und das ganze jetzt hier über dem losschleifte auch festnähen drücke ich mit dem faden hier rein und nähe das ganze jetzt hier auf der innenseite mit dem mützchen zusammen dann nähe die restlichen fäden und dann bin ich auch schon fertig und so sieht es dann fertig aus ich möchte mich bedanken fürs zuschauen und viel spaß beim nacharbeiten bis dann 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 dann